so direkt hier im fortnite was neues gibt lade dynamische inhalte das ist sehr gut ja mit hotspot geht alles so level 91 kommt gut mit der zeit es ist ja gerade anfang september aber es ist noch richtig gut zeit bis november so dego smash also eher gesagt my hero academy ja und deswegen so hola die waldfee was haben wir denn hier dankeschön alice choto do todoroki vielen lieben dank das ist sehr lieb von dir da könnte ich denn dann dann benutzen als my hero academy ja weil ich habe jetzt also ich hatte bisher nur weibliche charaktere aber bei männlichen charaktere ist natürlich auch was tolles und dazu eisbrand schwingen vielen lieben dank alles das gefällt mir so jetzt geht es los mit fortnite mit den skin die den alice mir geschenkt hatte das ist nämlich sehr super aber ich muss leise sprechen denn es ist so über 20 uhr und ich will ja nicht laut sein weil meine kleine schwester und mein vater wahrscheinlich schon im bett ist weil ich will ja keine ärger machen und so weil deswegen ja muss ich ja leise leise sprechen damit ich kein ärger kriege so so du bist auch erledigt oh oh schnell dankeschön oh ja das kann ich brauchen oh das muss ich als auftrag machen und auftrag erledigt das ist sehr gut wundervoll und du bist erledigt oh oh so jetzt erstmal öffnen wir die schlüssel so du bist erstmal entschärft und dazu hereinspaziert schnappen wir mal zuerst mal öffnen bingo bingo sehr gut ach das ist schnell au ha 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 du kannst mich nicht schleichen ne du kannst mich nicht schleichen du kannst mich okay oh oh gott oh verdammt nochmal das war jetzt viel dann wir sollen mit nolan chons und sprechen und dazu rekrutieren na dann bin ich dafür mit dabei bin ich dafür dabei ich bin auch wenigstens erstmal froh dass es jetzt nicht mehr so heiß ist im Sommer bei September und es wird jetzt langsam wieder kühler und ich bin so ein ich bin so ein Mensch der so gerne was kühles mag ich bedrohe also ich mag kühlere Welten so nolan chance wenn ich HMP oh mein thinking oh mein thinking nein 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 wün oh god los volos VOLOS Oh mein Gott Oh mein Gott, war ich jetzt echt erschrocken Oh mein Gott Das wäre sofort tot gewesen Das wäre dann echt ein unnötiger Tod gewesen Oh mein Gott Ja und ich darf auch nicht mehr so ausrasten Weil hier lebt ja meine kleine Schwester Und ich darf ja nicht so toll ausrasten Alter Schwede Oh, danke schön Ich hoffe, dass der Gegner weg ist Weil ich mich den Nolan Chancs auch noch rekrutieren Oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh, ich höre irgendwo Oh Gott Oh mein Gott! Alter, war das knapp! Oh mein Gott! Das war mega knapp gewesen! Das war mega knapp! Oh Gott! Alter, das hat mir fast das Leben gekostet! Oh, warte mal! Türe zu! Oh, danke! Vielen lieben Dank! Heilung könnte ich wirklich so gebrauchen! Dankeschön! So, frisch geheilt! Jetzt gehen wir wieder zum Nolan Chunks! So, da bin ich wieder! Ich musste kurz wegrennen wegen... So, jetzt habe ich dich rekrutiert! So, natürlich haben wir den Auftrag abgeschlossen! Was war das für ein Bot? Was war das denn für ein Bot? Die ist einfach dort und... Und natürlich... Hat ja einfach gar nichts gemacht! LOL 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 Oder soll ich ja sagen Trollolol? Oh, Stromjäger! Gibt's das? Das ist was Neues! So, stelle einem Raubcrew zusammen, in den du mit den... Hm! Ah, okay! So, tauschen wir erstmal! Oh mein Gott! Danke! Und tschüss! Und tschüss! Danke fürs Auto! Hehehehehehe! Oder wird die dann zu denken? MEIN AUTO! Und wiiiihihi! Bumm! Hm! Oh, ich höre irgendwo wieder! Oh Gott, es leckt wieder! Und weg damit! Keiner erledigt hier Nolands Chance! Keiner erledigt hier Nolands Chance! Und Dr. Sloan, der hier dort war, ist nicht mehr da! Das wäre... Das wäre... Das ist schon schade! Aber ich weiß nicht, ob... Ob, ob... Was... Was die vor hat... Weiß ich ja noch nie! Okay! Ich glaube, ich habe jetzt alle My Hero Academia Auftrag erledigt! Ich bin auf der anderen Seite gelandet! Und... So... Ich bin auf der anderen Seite! Ich bin auf der anderen Seite! Ich bin auf der anderen Seite! Hey! Wo ist da einer? Ach! Noch einer! Und weg damit! Sehr gut! So... Das hier... Aha! Ein Levelaufstieg! Das ist sehr gut! So... Sturmfeuersage gesichert! Das ist sehr gut! So... Sturmfeuersage gesichert! Na, wir gehen lieber mal hier in die sichere Zone! Dort... Dort... Wo... Noch kein Gegner... Kommt! Hm! Explosive Erweiterung! Achso! Da kann man... Da kriegt man hier die explosive... Munition! Oh! Gerne! Danke! Danke! Oh! Hier ist noch ein Auto! Oh! Oh mein Gott! Oh oh! Oh oh! Oh mein Gott! Weiß ich nicht, ob wir das schaffen! Wisst ihr diesen Ballon? Oh! Oh! Oh mein Gott! Wo ist der Ballon? Oh! Oh! Hier ist der Ballon! Ah, Nolan Jones kommt wieder Schön, dass du wieder da bist Niemand greifst du mich an Freundchen Ja, 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 ja Du glaubst, du kannst mich besiegen Vergiss es einfach Und weg damit Ja Oh, was kriegt mir so viele Erfahrungen Kann man keinen Umsehen Ups Diesmal daneben So Das war leider dieses Mal daneben Aber ich hab's trotzdem besiegt So, nehm ich das mal So, vielen Dank Zwei Schlüssel Aber trotzdem hier Noch keinen Schaden Auch leider noch einen Dekosmash Ich muss jetzt erstmal hier einen Dekosmash aufheben Sonst Verlieren wir Sonst verlieren wir Aha Und weg damit Alter, acht Kills Vielleicht schaffe ich doch zum Gewinnen Mit dem neuen My Hero Academia Charakter Oh, was ist das denn? Aha Yo, neun Kills! Hihihi! Oh mein Gott! Was haben die für Waffen? Oh mein Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Was? Ach, warum die Nose-Skins wieder mal? Ich verstehe die Nose-Skins nicht mehr. Aber leider kam irgend so ein Typen und hat mich von oben angegriffen. Ich wollte den Dekosmash einsetzen, aber mich hat es direkt auf mich geschossen. Naja, eigentlich war das ein Fehler von mir. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Was soll's? Ja, eigentlich unpassend wegen den Flugsaurier. Also der Pteranodon oder der Pterodactylus. Haltlöchen. Als erstes hier ein Raubzug-Crew. Was soll's? Hier ist die Brücke. Ach du Heimatland. Niematland. Gefährlich, gefährlich. Was haben wir da? Okay, die gleiche Waffe. Die gleiche Waffe. Okay, ne Pistole. Brauch ich eigentlich nicht so wirklich. Ah, Munition. Nehm ich gerne. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Oh, ja moin. Legendäre Waffe. Was soll, bist du so lange da, Lama? So. Ich bin ein glückliches Lama. Ich bin ein glückliches Lama. Nehmen wir das hier mit. Ja moin. So viele. Na dann. Rennen wir mal hier. Also Raubzug-Crew einrekrutieren oder hier zusammen rekrutieren. Ich muss aber aufpassen, dass ich keinen Schaden kriege. Okay, Stufe 97. So. Weggesprengt hab ich dich. Wie. Weggesprengt hab ich dich. Okay, hier in der Nähe ist es noch ein Raubzug-Crew. Gehen wir da mal hin. Okay, wenn es ja irgendwo ein Auto ist, dann können wir da schnell noch den dritten Raubzug-Crew rekrutieren. No, wer bist du denn? Gräven Daraku. Hm, siehst hübsch aus. Ich will es nicht komplett besuchen, weil ich ja nur das Auto fahren möchte. So, ich habe erstmal den Schub benutzt. Dann geben wir uns richtig Vollgas. Nein. Oopsie. Boop, 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 boop. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. So, jetzt versuchen wir so schnell wie möglich zu fahren. Aber mit Turbo kann man leider nicht benutzen. Komm, 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 schaffen, 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 schaffen wir es noch, schaffen wir es noch, die dritte zu rekrutieren. Oh, das könnte eng werden, das könnte eng werden, das könnte eng werden. So, so jetzt schnell. Wer ist hier mit dem Raubzug zu rekrutieren? Ach, nee. Ach, nee. Again, Charlie. Warum Again Charlie? Ich weiß es nie genau. Aber cool, dass er wieder dabei ist. Ach, und wieder 20.000 Erfahrungspunkte wegen Creator. Werde ich irgendwann mal merken. So, jetzt bin ich wieder in der Zone drin. So, warte mal. Aufträge. Halt! Aufträge. Und hier in der Nähe ist es auch noch dieser My Hero Academy, ja. Ballon. Ob wir das schaffen? Ob wir das schaffen? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ruhig Mut. Ruhig Mut. Ruhig Mut. Ruhig Mut. Ruhig Mut. Ist eigentlich irgendwie ein bisschen logisch, dass er Englisch spricht. Normalerweise bei My Hero Academy, ja. wo dieses Rumble Spiel gab, sprechen. Da gibt es eigentlich deutsche Untertitel, aber die sprechen, naja, man kann Englisch hier wahrscheinlich Englisch ändern, aber die sprechen meistens Japanisch. Upp! Sala! Na, super. Upp! Auf! Schch... ... ... ... ... Danke.